Frau Müller, wir, die Eltern der 4B, haben kein Vertrauen mehr in ihre pädagogischen Fähigkeiten. Ihr habt den falschen Posten, der jetzt fliegt! So was, hör ich mir nicht länger an! Es ist so weit, sind wir ja wohl noch nicht, dass Eltern einen Lehrer einfach so abschießen können! Lasst euch nicht stören! Was denn, ist doch nicht!